Hi! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, warum so lange keine Videos mehr gekommen sind. Bei mir gab es gesundheitliche Probleme. Ich habe seit eineinhalb Jahren Kopfschmerzen gehabt, die zum Abend immerhin sehr unenträglich wurden. Ich mal gar nicht mehr wusste, wo hinten und vorne war, den Kopf bloß noch in die Couch gesteckt habe und irgendwie haben alle Schmerzmittel nichts gebracht. Das ging einfach irgendwann nachher nicht mehr. Anfang des Jahres war ich zum Arzt hin. Der hat mich dann in die Blutabnahme gemacht, geguckt wegen Boriosen, weil ich ja da schon öfters mal was hatte. Das war nichts. Danach bin ich dann in die Röhre gekommen. Da wurde der Kopf gemacht, den Nacken gemacht. Hat auch eine Weile gedauert, bis ich dann die ersten Termine dazu hatte. Und man macht sich dann schon Gedanken, was ist wenn? Man macht sich da selber mit ein bisschen kaputt. Zum Glück war da alles nichts. Bis auch im Nacken. Da ist die untere Bandscheibe ein bisschen was. Das bereitet mir ein bisschen Schwierigkeiten. Aber er ist bei weitem nicht so schlimm wie diese Kopfschmerzen, die immer noch nicht aufhören wollten. Und ich bin dann beim Ohrenarzt gewesen, beim Zahnarzt gewesen, beim Augenarzt gewesen. Und alles immer ohne Befund. Anschließend war ich dann beim Orthopäden. Der Orthopäde sagte dann, du, das hier mit dem Nacken da hinten, das ist zu weit unten. Da können nicht die Kopfschmerzen herkommen. Und hat mich dann zum Neurologen überwiesen. Beim Neurologen wurde dann festgestellt, dass das der Trigenimusnerv ist. Der zieht hier hinten so lang, geht im Kiefer, hier oben zu stillen, zum Auge. Und wenn der durch irgendwas gestört wird, dann bereitet er eben Kopfschmerzen. Kann sein durch Zähne, etc. Was ja bei mir der Fall nicht war. Ich habe dann sehr starke Tabletten eingekriegt. Pregabalin. Ich sollte dann innerhalb kürzester Zeit die Dosis hochsetzen auf zweimal 300 Milligramm am Tag. Einmal morgens, einmal abends. Ja, Nachteil war, die haben mich ganz schön umgehauen. Das ist, als wenn man besoffen ist. Und so rennt man den halben Tag umher, wenn man die Tabletten genommen hat. Hatten wir so vier, fünf, sechs Stunden angehalten. Je nach Befinden. Und das morgens und das abends. Da war der Tag gelaufen. Dass man keine Lust hat, auch zum Video machen, entschuldigt bitte. Aber jetzt geht sie wieder bergauf. Ich habe jetzt die Dosis, wollte ich jetzt runtersetzen auf 150 Milligramm. Es wirkt, es funktioniert. Wie man sieht. Endlich Kopfschmerzen fast frei. Ganz leicht sind es immer noch. Ich muss die Medikamente auch noch eine ganze Weile nehmen. Ich hoffe, dass das in dieser Zeit sich dann auch noch gibt. Was eben noch die Frage ist, was war der Auslöse dafür? Doch vom Nacken her, dass es so verspannt war, dass der Triginimusnerv sich da hinten gestört fühlte. Stressbedingt. Keine Ahnung. Den Auslöser haben wir noch nicht gefunden. Wir werden mal das Ganze noch beobachten. Und ja, wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal wieder ein paar Videos zu drehen. Bin auch gerade dabei, ein neues zu drehen. Lasst euch mal überraschen. Ich habe nämlich was Neues gekauft. Neues Spielzeug. Und ja, es macht richtig Spaß. Ja, das sollte mal das kleine Update sein, warum in letzter Zeit keine Videos kamen. Das ist jetzt ja auch schon über anderthalb Jahre her. Mit den Kopfschmerzen. Ei, 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 ei. Zeit vergeht. Vom Frühjahr nichts gehabt. Vom Sommer nichts gehabt. Jetzt so vom Spätsommer. Wie gesagt, da geht's. Und ich fühle mich wieder bereit, für euch da zu sein. Also, seid gespannt, was alles kommt. Viel Spaß erstmal. Bis dann. Bis dann.